Ruth Becher von der SPÖ ist am Wort. Danke Herr Präsident, Frau Ministerin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Corona-Krise macht einige Verlängerungen von Fristen und Vereinfachungen notwendig. Beispielsweise Videoübertragungen zur Beweisaufnahme bei Gericht, erweiterte Fristen beim Insolvenzverfahren oder auch erleichterte Identitätsfeststellungen bei Notaren bei der Gründung einer GSMBH. Das sind Bestimmungen, die bestimmten Menschen das Leben in ihren Berufen erleichtern, zum Beispiel Juristen, Unternehmern und so weiter. Diese Bestimmungen werden überwiegend bis Ende Juni verlängert. Es gibt aber auch Menschen, auf die bei dieser großzügigen Verlängerung der Fristen vergessen wurde. Und dazu zählen beispielsweise Kinder von alleinerziehenden Müttern. Uns als SPÖ hat es sehr verwundert, dass die Frist für die erleichternde Geltendmachung beim Unterhaltsvorschuss nicht bis 30. Juni verlängert werden soll. Im Gesetz steht hier der 31. März 2011. Das heißt nur drei statt sechs Monaten. Das Coronavirus macht keinen Unterschied zwischen Menschen und Berufen und ich verstehe nicht, warum ÖVP und Grüne diese Erleichterungen so ungleich verteilt haben. Und daher fordern wir eine Gleichstellung und ich werde im Anschluss einen Abänderungsantrag dazu einbringen. Im Bereich Wohnen hat es geheißen, es gibt Menschen, die ihre Miete während der Krise des ersten Lockdowns nicht bezahlen können. Und diese Menschen mussten ihre Miete nicht gleich bezahlen, sondern hatten bis Ende Dezember, also bis Ende dieses Monats, dafür Zeit. Plus vier Prozent Verzugszinsen. Und der heutige Entwurf sagt, dass diese Menschen die Miete doch nicht jetzt zurückzahlen müssen, sondern erst bis März wieder mit vier Prozent Verzugszinsen. Das ist aus unserer Sicht eine schlechte Lösung. Und ÖVP und Grüne tun so, als würden sie sich um die Menschen kümmern, die ihre Miete nicht zahlen können. Aber das tun sie nicht. Denn wer seine offene Miete bis jetzt nicht zahlen kann, kann sie bis März höchstwahrscheinlich auch nicht bezahlen. Und ich frage, warum helfen sie nicht direkt und verzögern das Problem und die Folgen davon. Diese Menschen brauchen direkte Hilfe. Sie brauchen einen Sicherwohnen-Fonds, der bei den Betriebskosten einspringt und Härtefälle bei Mietrückständen abfängt. Und die Regierung muss auch mit einem Mietenfallfonds helfen, der vor allem kleinen Vermietern hilft und die Vermieter dann solidarisch auch diesen Fonds bespeisen. Warum die Regierung beim Thema Wohnen leider noch nichts bis jetzt gemacht hat an einer sinnvollen Lösung, wird sie das bis Ende März auch nicht zustande bringen und hätte mehr Zeit, bis Ende Juni darüber nachzudenken und es zu schaffen. Und daher bringe ich auch hier einen Abänderungsantrag ein. Die Abgeordnete Becher und Genossinnen zum Bericht und Antrag des Justizausschusses 588 der Beilage, der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen, der dem eingangs bezeichneten Ausschussbericht angeschlossene Gesetzesentwurf wird wie folgt geändert. Im Artikel 3, Ziffer 1, wird das Datum 31. März 2021 durch das Datum 30. Juni 2021 ersetzt. Und den Abänderungsantrag in Bezug auf die erleichterte Geltung machen von Unterhaltsvorschüssen, ich habe das zuerst erläutert, ist von der Mag. Selma Yildering, Genossinnen und Genossen, zum Bericht des Justizausschusses über den Antrag 895a 587 der Beilage, der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen, der dem eingangs bezeichneten Ausschussbericht angeschlossene Gesetzesentwurf wird wie folgt geändert. In Artikel 1 wird Ziffer 1b, das Datum 31. März 2021, durch das Datum 30. Juni 2021 ersetzt. Vielen Dank. Die Erleichterungen im Covid-19-Justizbegleitgesetz seien ungleich verteilt, kritisiert Rückbecher von der SPÖ. Außerdem seien die Mietunterstützungen zu kurz terminisiert, nämlich nur bis Ende März. Sie fordert zudem einen Sicherwohnen und einen Mietentfallfonds.